Yo, Leute, willkommen zu, mein Hals hat sich immer noch nicht beruhigt, zu einer weiteren Aufnahmerevision von, Vue. Ich weiß ja, wo es direkt Nacht ist, ne? Interessantes Timing. Wir haben Hauptsache direkt Nacht. Okay. Dann ist es halt so. So, wir wollten mal was gucken. Und zwar, wir waren beim letzten Mal so weit, dass wir den hier immer noch wollten. Der braucht aber noch ein bisschen, dass ich auch noch hinmache, dass ich auch hinmache. Münzen kriegen wir auch noch. Mein Hals meckert jetzt schon. So. Ich weiß gar nicht, wie viel... Da kommt ja, ob wir machen. Einfach mal das... Macht nicht nur drei Glas, das ist ein bisschen... Ja, ich glaube, wir sollten... Mal gucken. Also, über dem... Ich bin gespannt, wenn er gleich so fertig ist. Was wir da machen können. Alter, ich bleibe auch gerade überall hängen, oder? Warten wir noch, die Paminon? Wir schauen uns das jetzt mal an. Wir warten jetzt so lange ab. Okay, das ist auch doch zu lang. Dann warten wir noch ein bisschen. Wir könnten aber mal so gucken, ob wir noch ein neues Lanz kaufen könnten. Oh, wir haben ihn. Gott der Herr. Das ist dem seine Au... Was machst du? Warum sieht das denn jetzt so komisch aus? Kann ich den auch wieder deaktivieren? Ich bin gerade so ein bisschen gefrustert darüber, weil... Wieso zum F sieht das denn jetzt? Er macht schon mal nicht das, was ich auf jeden Fall will. Also, das ist geil gewesen. Es ist jetzt blöd, dass ich natürlich die ganze Zeit jetzt an mir hängen habe. Aber das Problem ist, ich kann das also sehr unansehnlich machen. Und noch mehrere von denen erstellen. Was heißt unansehnlich? Unansehnlich ist jetzt vielleicht falsch gesagt. Aber gut. Ich hätte nicht... Ich verstehe nur diese Linie nicht. Und er macht nur ab und zu mal irgendwie sowas ähnliches wie Schaden oder was? Er macht nicht Schaden, aber irgendwas macht er. Ich weiß noch nicht. Ah, Entschuldige. Ah, diese Nase. Ich hoffe mal, man kann nicht noch... Wo ist denn jetzt schon mit dem Monster? Was ist denn so? Nein, warte. Ich kann ihn deaktivieren, nehme ich ihn hier hinzu. Dann habe ich wieder... Also verstehe ich diesen komischen... Hat er jetzt irgendwas weirdes bei mir aktiviert? Ah, das hatte ich vorher nämlich nicht. Ich glaube, das habe ich jetzt seitdem ich ihn habe. Ich habe das Game noch nicht so ganz gereiht, dass ich ihn wieder wegge... Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare was schreiben. Vielleicht verstehe ich da was nicht. Aber ich wollte doch mal wegen Land kaufen schauen. Ich kann kein weiteres Land extra diese Zeit kaufen, weil das alles einfach zu viel ist, ne? Ja, okay. Wäre ja schön gewesen. Aber gut, dann halt nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt seit neuesten... Oder hatte ich das... Oder ich hatte das vorher und habe nie darauf geachtet. Weil, wenn ich jetzt wieder so mache, ist es wieder weg. Vielleicht war das... Ja gut, dass ich auf Game mal Sachen übersehe. Ja, mag jetzt nichts Unbekanntes gerne mal sein. So. Wir müssen uns halt... Wie gesagt, ich muss halt nur auf die anderen Länder warten. Ich habe noch so einiges freizustellen und noch so einiges herzustellen halt. Habe ich die Gläser eigentlich bei mir? Nein. Aber... Dafür, dass ich die hier mal gebraucht habe, lasse ich direkt halt echt stehen. Oh, jetzt nicht mehr. Alter, wirklich. Da oben ist alles voll, ne? Also, ich dachte, da wäre irgendwas... Ich habe Elektronik eingesammelt. Stimmt, die Elektronik brauchten wir ja für irgendwas. Wie viel... Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie viel Elektronik wir haben. Aber wir brauchen die ja für Aufwertung... Witzig, jetzt habe ich das gewusst mal wieder. Äh, für den ganzen Werkzeugkram. Könnten ja einfach mal gucken. Entschuldige. Nachdem wir im Abblenden waren. Obwohl wir uns scheinbar ja nicht mehr groß irgendwie viel passiert. Und meine Energie ist schon wieder niedrig. So. Vier haben wir. Braucht nur nicht auf... Wie kann man das Frostrelekt... Wie kann man das Frostrelekt... Perfekt, das... Die müssen wir sowieso noch... Also, einfach mal herstellen. Das heißt, wir haben jetzt gleich ein bisschen erhöhtes... Da unten. Den habe ich dann nämlich gesehen. Ich wusste, dass wir mehr als einen haben. Also, ist klar, dass ich mich natürlich um den kümmern will. Also, wirklich... Viel Sand ist es nicht. Ich muss mal... Ich muss... Fällt gerade ein, dass ich was an meiner Cam nochmal anpassen muss. Aber ja. So. Ey, dich habe ich doch da gesehen. Dankeschön. Er schießt mich nicht an, weil ich hinter der Brücke bin, ey. Wann mal, kriege ich vielleicht... Roboter-Anschuhe. Wuhu. 70 Prozette. Das heißt, haben wir jetzt hier die... Aber immer noch nicht komplett aufgeschossen. Da kommen noch vier Stufen. Jetzt kann man doch sogar schneller angreifen. Warum ich aber eigentlich... Das ist weg, was ich machen wollte. Da hinten läuft das. Habe ich dadurch irgendwie? Ich habe keine Ahnung, wie man an die gesonderten Eier kommt. Ehrlich. Vielleicht muss ich da mal im Netz was nachschauen oder so. Anders wüsste ich es jetzt sonst nicht. Ich würde gerne auch mal die restlichen Quests erledigen. Sag ich euch, wie es ist. Aber ich krieg nur normale Eier, also... Auch von denen war. Jetzt haben wir schon 33. Wie wir immer weiter rennen müssen. Nö. Irgendeiner hat wieder gepuppert. Was haben wir? Fleisch, Mauer und Stahlboden. Dann holen wir mal unten die Münzen hin. Vielleicht können wir dann ja endlich uns ein Land schon holen. Wo ich dachte, mit 23 wird das auch schon... Äh, 23 ist ja schon mit 13. Aber so wie ich das sehe... Hier, nein... Nee. Hier hin kommen sie sowieso nicht. Ich habe die jeweiligen... Dadurch, dass diese scheiß Viecher Schaden machen, also Sachen zerstören können... Will ich die halt nicht auf meiner Insel haben. Ist halt einfach so. So, jetzt weiter. Zack. Ich komme hier wieder nicht durch. So, immer hier. Äh. So. Guck mal, da läuft ein Bogey rum. Aber nicht mehr langer. So. Jetzt haben wir 20. Ähm. Ich komme wieder oben nicht hin, weil ich wieder zu tief stehe. 18. Wir müssen noch ein bisschen weiter rüber. So, jetzt. Na gut, komm. Wir haben ein Questi. Wir haben ein Questi. Das ist gut. Das ist gut. Muss ich noch irgendwie es zu ihm rüberschaffen? Äh. Ohne, dass hier alles mögliche im Weg ist. Hey, Marshmallow Gesicht. Bin ich froh, dich zu sehen. Schnell. Ich brauche tonnenweise Kacke. Jede Kacke, die du finden kannst. Keine Zeitverklärungen. Hier geht es wirklich um Leben und Tod. 500. Ja gut. Wir müssen dann jetzt, äh. Wir haben eine neue Questaufgabe. Insgesamt 500 Kacke. Holy Moly. Holy Moly. Hohoho. Okay. Äh. Äh. Aber schon zu wissen, dass ich 30, äh, 30, dass ich mal Kacke da habe. Schon. Und das wird ewig dauernd, glaube ich, bis ich das zusammen hätte. Und irgendwann soll, ja, eigentlich das Game hier auch mal ein Ende finden. Das Game wird dadurch sehr langwebig. Holy Moly. Aber ist okay. Damit kann man irgendwie arbeiten. Wie auch immer. Aber ja. Äh. Glasfaser. Ich hatte es eben geliebt. Warte, 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 warte. Äh. Pardon. Hier. Äh. Hier für Glasfaser. Da für Glas. Wie kriege ich denn? Was ist das Problem? Glas. Das ist so, wie es aussieht, ne? Ja. Dann, Mann. Warte, Mann. Nee, die. Schaufel. Ich habe irgendwas eingesammelt. Aber gut. Äh. Äh. Wirklich. Das ist so, wie es ist. Mit 135 Sands. Kann man schon mal safe mehr Glas herstellen hier. Bitteschön. Wenn das Glas das Problem mit eines der Probleme ist bezüglich, ne? Dann würde ich mich auch logischerweise darum kümmern. So. Das passt. Lala. Ja. Gut. Machen wir erstmal Leder. Aber Königskleidung ist das, was wir als Safe auch trotzdem weiterhin brauchen. Das Glas bauen wir jetzt eigentlich für anderes. Saber. Was hat sie denn? Na. 之下 ist es in derfighterung. Wait. Batư? Eutes. Und. O hoping. Und. Ich bin przecie kann. Also. Okay. Ich bin jetzt überkommen. Ich bin883.